Schauen, 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 na sofort. Na komm. Lange kannst du doch nicht brauchen mit dem Aufladen, ey. Okay. Tada. Ah, schade. Okay. 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 jolo alter schwede gibt's doch nicht müssen sie so kacke immer sein das war eine waffe ich nehme mal verbessern kommen kann man verbessern zimmer sind noch mehr so wie die knell kann ich kaufen zu viel in der welt nicht mehr schaden die welt nicht mehr schaden es ist bewaffnet mit den deutschen des fanatismus und dem gift des atheismus Das können sie der Welt nicht mehr schaffen. Seh dich! Alter! Gibt's doch nicht. Wir sind schon verdammt stark. Das tut heavy, hein? Das ist so blöd. Neue Runde, neues Glück? Ah, was nehmen wir denn diesmal? Ist eigentlich schon... schon okay. Und dem Gift des Atheismus können sie der Welt nicht mehr schaden. Alle, ja. Haben wir. Und dem Gift des Atheismus können sie der Welt nicht mehr schaden. Bewaffnet mit den Dolchen des Vanathismus und dem Gift des Atheismus können sie der Welt nicht mehr schaden. Was ist das? Fürchtet nicht länger Ihre lasterhaften Verschwörungen. Fürchtet dich länger Ihre lasterhaften Verschwörungen. Sie können der Welt nicht mehr schaden. Sie können der Welt nicht mehr schaden. Sie können der Welt nicht mehr schaden. Bürger fürchtet nicht länger Ihre lasterhaften Verschwörungen. Sie können der Welt nicht mehr schaden. Ja, Bürger fürchtet nicht länger Ihre lasterhaften Verschwörungen. Sie können der Welt nicht mehr schaden. Ja, Bürger fürchtet nicht länger Ihre lasterhaften Verschwörungen. Sie können der Welt nicht mehr schaden. Ohne viel. Ne, da hätten schon Besoffenes. Boah, Elise, macht doch schneller. Macht doch schneller. Wird dann aber gerne eben schnell wieder Waffen einhändig. Mal eben wieder hier. Den. Nein, die sind alle zu teuer. Das selten ist so eine Aufführung. Tod. Komelis, komm da weg. Oh, lass bitte keine Gruppe noch irgendwo auftauchen. Oh, lass uns großzügig sein zu denen, die gut sind, warmherzig zu den Unglücklichen und unerwichtig zu den Völkern. Komm her, ich zerquetsch dich, wie es sich für eine Madre gehört. Komm doch her. Nee, ich glaube, das mach ich. Aber durch den Hals, immer durch den Hals. Naja. So, mal gucken, was kommt. Mutterkornpulver. Führt zu Halluzinationen. So wird er als Irre erscheinen. Nun müssen wir ihn nur noch gefährlich aussehen lassen. Die Namensliste. Sie muss in die richtigen Hände gelangen. Anonym. Wenn unsere Verwicklung auffliegt, weiß wir mal Bescheid. Überlass das nur mir. Hoffen wir mal. Ja. Dieses Monster, das der Geist der Könige über Frankreich erbrochen hat. Mögen alle übel, denn es nicht ihm verkündet, während Tausende zu Geotide geführt werden. Würde Dom Thun das sehen müssen, würde er an seiner Trauer erschüttert. immer noch danach, die Menschheit auszurotten, da sie das Göttliche nicht länger mit Aberglauben verbessern können, um ihre Vergehen damit zu rechtfertigen. Versuchen sie nun, es komplett von der Erde zu bannen und alleine im Terror zu herrschen. Bürger, fürchtet ihre lasterhaften Verschwörungen nicht länger. Unwürdiges Verhalten. Wer zum Teufel denkt, ob ihr wer ist, den heißt ich euch wohl neuernd nachvollen. Was ist denn? Ihr, die ihr im Edeln lebt, lebt eurem Beklagen. Sieh doch hin. Verdammt, was hat er gestohlen? Hm? Die Helden des Landes, eure großzügige Hingabe ist keine vollkühne Torheit. Die Scherben der Polizei vermögen euch vielleicht das Leben von eben und die Scherben haben keine Macht, euch vollständig aufzulöcken. So, Sinn Nummer 3. Bitte nicht so schwer, bitte nicht so schwer. Oh mein Gott, da hinten irgendwo. und der Unsterblichkeit widmen. Bitte nicht im Lauf. Die Natur soll ihre Großzügigkeit zurückgewinnen und die Weisheit ihr reist. Das höchste Wesen ist nicht dafür. Was ist denn da? Ich bin der eitlen Pfad gereist als wohl dem höchsten Wesen. Allerdings. Die belasterhaften Verwirrungen nicht länger. Sie könne die Welt nicht und wenn der Brot bis Pierre ist populär, wäre es nicht Gott. Auch wenn er das glauben macht, er kann mir gar nichts. Es ist die Weisheit vor allem, die unsere schuldigen Feinde aus der Republik vertreiben will. Der Weisheit allein obliegt es den Wohlstand von Imperien dauerhaft zu gewährleisten. Nur sie! Eine Liste der Feinde der Revolution? Das sind fast 50 Namen! Robespierre geht jetzt wirklich zu weit! Da tobt der Fuchs im Hühnerhaus. Die armen Hennen. Und nun? Wir warten. Das dauert nicht lang. Wenn Robespierre die Unterstützung des Volkes verliert, ist der Germain nicht mehr von Nutzen. Und wenn Germain ihn fallen lässt... Ist er verwundbar. Gehen wir. Clever. Clever, clever. Nur wie lange müssen wir warten? Das ist jetzt die Frage. Tanzen sie alle hier noch fröhlich? Da ist doch nicht gelbe Truhe. Da ist sie. Ah, achso hier. Tipptopp, wird angenommen. Immerhin. So, nächste Quest. Was ist die denn? Ich weiß noch nicht. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt ist es Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. �iß leid ºim Danni ich rocksloge.